So, es geht jetzt um ein Verfahren, das heißt eigentlich Algebraisierung geometrischer Probleme, ich nenne es auch hohe Gewalt. Man muss halt in Algebra sehr fit sein, um sowas hinzukriegen. Die Aufgabe heißt, wir haben ein Quadrat A, B, C, D und M, B, C soll die Mitte von B und C sein. Die Frage ist, in welchem Verhältnis teilt die Diagonale DB die Strecke A, M, C. Und da habe ich dann hier eine Zeichnung hingemacht, das empfiehlt sich immer in so einer Situation. Und jetzt kommt die rohe Gewalt. Die rohe Gewalt ist, dass ich diese Länge hier und diese Länge hier, dass ich das hier einzeichne, was ist das? Ja, so ist es. Das heißt, ich nehme intelligenterweise ein Koordinatensystem, bei dem irgendwo ein rechter Winkel sitzt. Das heißt, ein rechter Winkel, der von vornherein gegeben ist, da lege ich das rein. So, jetzt können wir uns über das hier unterhalten. Was ist das hier? Was ist das hier? Ja. Eine Quadrat-Funktion. Nachbar? Funktion. Zu wenig? Hintern? Eine Gerade. Jo, also eine lineare Funktion, keine quadratische oder sonst so, also nichts weiter als eine Gerade. So, jetzt wissen wir, dass wir ein Quadrat haben. Das heißt, wir sagen einfach mal, das hier, das soll Seitenlänge A sein. Dann ist das hier automatisch auch A. So, und jetzt kann ich jedem von den Punkten, kann ich Koordinaten geben. Der A ist 0, 0. Der B ist, der B ist, ja, fast. Der C ist, ja, gut. Der C ist AA und der D ist, ja, Ende. So, das heißt, ich habe jetzt jedem der Punkte Koordinaten gegeben. Wenn ich jedem der Punkte Koordinaten gebe, was gilt dann für diese lineare Funktion? Ja? Man kann die Funktion bestellen. So ist es. Die kann ich ausrechnen mit zwei Punkteformen, Punktsteigungsformel. Ich brauche als erstes das M. Das M ist Differenz der Y-Werte durch Differenz der X-Werte, also minus 1. Das A darf nicht 0 sein, aber da habe ich dann kein Quadrat mehr. Also habe ich Steigung minus 1 und dann geht es durch diesen Punkt hier oben, also X minus 0 plus A oder minus X plus A. Das ist die orangene Gerade. Jetzt gehen wir hier zu der blauen Geraden. Die brauchen wir auch. Was brauchen wir, um über die blaue Gerade was Vernünftiges sagen zu können? Ja, bitte? Ja, wir brauchen den Punkt zwischen, die Mitte zwischen B und C. So ist es. Und wie heißt die? Also dieser M, B, C. Welche Koordinaten hat der? Ja? 1 halb. Äh, A sprich 1 halb A. Jawohl. Jetzt rechte ich wieder die Steigung aus. Differenz der Y-Werte durch Differenz der X-Werte. Das ist 1 halb. So, und dann geht es hier durch den Ursprung, also habe ich die gleiche mit Y gleich 1 halb X. So, was kann ich machen? Was kann ich machen? Jetzt? Ja? Ja? Das ist der Punkt, wo wir den Geraden außen sind. So ist es. Da hier. Das ist hier. Teilt, hier teilt die Strecke, also dieser Schlickpunkt, den brauchen wir. So, und wie rechnen wir den aus? Wie rechnen wir den aus? Ja, bitte? Die Gleichung und Gleichsetzen. So ist es. Also die Geraden gleichung und Gleichsetzen. Und jetzt wird es all gepreischt. Das heißt, in unserem Falle ist das easy. Aber das kann natürlich dementsprechend katastrophal werden, sowas. Macht nichts. Wir kommen, und man sieht sicher, man kommt dahin. Ganz sicher. So, also jetzt. Das bedeutet, dass 3 halbe X gleich A ist oder X gleich 2 Drittel A. Das heißt, ich weiß hier, der X-Wert ist 2 Drittel A. Den Y-Wert kann ich auch noch rechnen. Zum Beispiel, indem ich es hier einsetze. Der ist 1 Drittel A. Also ist der Schnittpunkt 2 Drittel A 1 Drittel A. In welchem Verhältnis teilt diese Diagonale jetzt diese Strecke? Da kann man sich zum Beispiel mit Strahlensätzen jetzt annähern. Das heißt, ich sehe ja hier, das ist eine Art Strahlensatzfigur. Hier weiß ich, das ist 2 Drittel A. Das hier ist A. Also gilt das zu dem, wie das zu dem. Das heißt, der S teilt diese Strecke genauso, wie der hier diese Strecke hier teilt. Und damit habe ich ein Teilverhältnis. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Teilverhältnisse sind böse Dinge. Wir haben hier ein Teilverhältnis von 2 zu 1. Also das heißt, der S teilt A, M, B, C im Verhältnis 2 zu 1. Damit war das mit dem Drittel von vorhin nicht ganz falsch. Das heißt, das was hier hinten ist, ist ein Drittel der Gesamtstrecke. Das kann man eventuell ablesen oder aber auch nicht. So, und das ist, das war super easy, kriegt jeder hin. Gibt es da Fragen dazu?